Ja, ich bin nicht verletzt und auch nicht mit der Verderbtheit der dunklen Brut infiziert. Ich schwöre es! Sie haben euch am Leben gelassen. Wie merkwürdig. Und was hat ein Mensch überhaupt hier unten verloren? Ich habe Colbert von der Schlucht reden hören und dachte, ich könnte mich an der dunklen Brut vorbeischleichen und nachsehen, ob ich vielleicht einen Schatz finde. Und ich habe hier auch etwas gefunden, bevor mich die dunkle Brut erwischt hat. Paragon Hirol Paragon Hirol wurde als Krieger geboren, war jedoch trotz seiner herausragenden Fähigkeiten als Kämpfer und Stratege nicht mit seinem Schicksal zufrieden. Er war überzeugt, er stünde außerhalb des Kastensystems und könne deshalb alles werden, was er wolle. Ein Krieger, ein Schmied oder sogar ein Adliger. Und so schwöre er erst dann zu ruhen, wenn er die Kunst des Krieges, die Kunst des Schmiedehandwerks und die Kunst des Herrschens erlernt hätte. Hirol war so exzentrisch, dass es schon beinahe an Wahnsinn grenzte und manche behaupteten, er habe beim Tournai einfach zu viele Schläge gegen den Kopf abbekommen. Dies konnte jedoch nicht verhindern, dass Hirol seine Ziele erreichte. Er lernte bei den besten Schmieden und Kriegern und seine Leistungen auf beiden Gebieten waren so überragend, dass der Versammlung nichts anderes übrig blieb, als ihn zum Paragon zu ernennen. Dies war die Geburtsstunde des Hauses Hirol. Aus den Schriften des Bewahrers Iserain, wie auch immer, die Festung Karl Hirol wurde von Paragon Hirol erbaut und wuchs im Laufe der Zeit mehr und mehr zu einem Zentrum der Schmiedekunst heran. In ihren Werkstätten schuf Paragon Hirol seine berühmten Verbesserungen der Widerstandsfähigkeit und Stärke der Golems. Und es war dieser Ort, an dem Hirols Lieblingsschüler eine Methode erfand, aufbereitetes Lyrium zu lagern, die noch heute angewendet wird. Diese bahnbrechenden Entwicklungen brachten Karl Hirol großen Wohlstand und ermöglichten es seinen Einwohnern, seine Gänge in Gold und Silber erstrahlen zu lassen. Der Teig war über Jahrzehnte hinweg die bevorzugte Heimat sämtliche Schmiedelehrlinge, bis sich irgendwann nur noch die Wohlhabendsten unter ihnen dort eine Ausbildung leisten konnten. Als die dunkle Brut kam, war Karl Hirol einer der ersten Teigs, die fielen. Und unser Volk trauert noch immer um diesen Verlust. Ich finde tatsächlich die Geschichten dieses Teigs hier ziemlich interessant. Oder dieser Festung auch an sich, dieser Stadt. Dafür, dass es gerade eigentlich ja nur so eine Nebenquest ist. Das ist ja jetzt, es gehört ja nicht wirklich zur Hauptquest, oder? Gehört es zur Hauptquest? Vielleicht gehört es auch doch zur Hauptquest. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, warum wir genau hier sind. Vielleicht habt ihr besser aufgepasst. Sind wir hier wegen der Hauptquest? So, da waren wir noch nicht drin. Dolch, Weiß, Stahl. Kavierte Armschütze aus Silber. Dieser Armschütze ziert das Motiv fliegender Adler. Kiste? Kisten sind immer schön mit, naja, Geistscherben. Lyrium-Vorkommen. Lyrium-Sand. Können wir ihr nicht eigentlich diese Gürtel von Kali? Jawohl. Warum haben wir eigentlich kein Gürtel an? Wo sind unsere ganzen Sachen? Können wir sie die Rezepte nicht eigentlich lesen lassen, Sigrun? Sind die... Wie geht's in Gesundheitsruhne? Wo sind denn rein theoretisch Rezepte? Hier drin? Kann sie das denn dann automatisch? Wird das hier gar nicht hier zugefügt, sondern allgemein? Nimmt das gar keinen Platz weg, dann ist... Okay. So, wo... Da unten waren wir noch nicht drin, oder? Kann man da überhaupt rein? Oder sind wir da... Nein, hergekommen sind wir da auch nicht. Ist da eine Sackgasse? Oder wohin geht es da? Ach, da geht es... Weiter. Aber was ist denn hier mit dem Raum? Ich meine... Verdammt. Es sind so viele Gänge. Es tut mir leid, wenn ich jetzt hier... Wie wirr hin und her laufe. Aber ich möchte gerade hier eigentlich nichts mehr sehen. Vor allem, wenn es dann doch zur Hauptquist gehört. Hebel? Was? Hebel? Wo war hier gerade ein Hebel? Hebel. Den ich nicht benutzen kann. Ach, er ist hinter der Tür. Richtig. Oder bin ich nur gerade... Bin ich gerade verwirrt? Hier war doch gerade was. Knorrenwaldhügel. Was? Was wollen wir denn da? Oder sind wir da? Sind wir im Knorrenwald? Gut, dass ich den totalen Überblick habe. Muss ich aber auch nicht. Denn ihr habt ihn hoffentlich. Ich schieb das... voll auf euch. Ich darf nicht zulassen, dass sie vergessen werden. Nein! Daelin, war das nicht der, dessen Namen wir auch gerade gelesen haben? Gedenktafel. Möge der Stein die Verteidiger Kall-Hirols niemals vergessen. Jene, die als Kastenlose geboren wurden und als Krieger starben. Und als Krieger starben? Er... Er wollte, dass man ihre als Krieger gedenkt. Als Kriegerkaste. Und seht nur, er hat ihre Namen in diese Steintafel gemeißelt. Ja, aber wie machen wir das? Das sagt sich immer so leicht. Haupthandlung. Vernichte die Brutmütter. Uach! Die Waren des Händers. Äuferats Monumente. Bringe Daelins Tafel zu den Zwergen zurück. Als die Zwerge aus Kalli-Roll geflohen sind, wurden die Kastenlosen zurückgelassen. Der Krieger Daelin, der ebenfalls dort geblieben war, um den Talg zu verteidigen, überzeugte sie, gemeinsam mit ihm zu kämpfen und verewigte ihre Namen anschließend auf einer Steintafel. Als Vertreter Orsamas wären Woldrick und Dworkin bestimmt daran interessiert, die Tafel zu sehen. Wer? Wer war denn Woldrick und der andere? Zerbrochenes Schwert. Paratar. Ein schwerer Schild. Zwei Klugheit. 15 Verteidigung. Das ist tatsächlich ein gutes Schild. Aber wir haben gerade keinen Tank. Ich frage mich, ob wir irgendwie eine Tank-Klasse bekommen. Jemanden, der das kann. Wo ist unser Alistar? Trauern wir Alistar hinterher? Niemals! Ein bisschen. So, wo genau müssen wir denn jetzt hin? Ich meine, hier sind wir ja... Ach, die Treppe da hinten. Richtig. Da war ja noch was. Dann also die Treppe hier hinten. Und, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal gespeichert habe. Das sind schreckliche, verdorbene Kreaturen. Einfallende Hörlock. Können wir hier irgendwo wieder einen Zauberer oder sowas? Gibt's hier einen Gesandten? Sieht nicht so aus. Ich meine, unsere Begleiter werden schon auch irgendwas machen. Ich glaube, Enders macht tatsächlich von unserem meisten Schaden hier in der Gruppe. Streitkorn mit dunklem Brut brauchen wir nicht unbedingt. Schriftrollen. Kisten. Schwere zwergische Handschuhe. Eisenvorkommen. Eisenerz. So, mal ganz grob orientieren. Wir sind hier in der Schmiede. Die hier. Topaz. Oh, Edelsteinchen. Wir sollten hier vielleicht erstmal ein bisschen plündern und dann weitergehen. Beschädigte Axt. Speichern. Ich habe Angst, wieder irgendwas anzuklicken. Beschädigte Axt. Erhaltende Gegenstände. Ist das ein Geschenk? Was ist denn die beschädigte Axt? Oh, alte Stiefel. Hier ist dieses ganze Zeug. Oh, sehr naseweiß. Dieser Gegenstand hat einen einzigartigen Effekt. Soll ich dich zu einem gefährlichen Kampfkätzchen ausbilden? Ähm, ja. Okay, gut. Alles klar. Enders. Reparaturausrüstung. Wie ihr meint. Legst die beschädigte Ausrüstung auf den Amboss. Reparierte Ausrüstung. Oh. Ja, können wir das alles tragen überhaupt? Brustpanzer. Massive Rüstung. Massive Rüstung. Zweihändiger Hammer. Ein Langschwert. Zehn kritischer Schaden. Elektrizitätsschaden. Und Schädelspalter. Hatte hier unsere gute Zwerge nicht? Irgendwie. Sie trägt, glaube ich, einen Dolch. Ja, und einmal eine Axt. Uralte Zwergenaxt. Schaden. Rüstungsdurchdringung. Brennend. Könnte sie nicht rein theoretisch. Einfach auch statt dem Dolch noch eine zweite Axt tragen? Vaturausrüstung. Okay, das ist, das ist wirklich, das ist cool. Ja, aber wir finden jetzt nicht nochmal irgendwas. Dann müssen wir nochmal hier zurück. Den ganzen Weg. Wahrscheinlich. Und jetzt müssen wir da unten weiter. Wir speichern nochmal. Der Speichersucht muss nachgegangen werden. Oh, es wird gespeichert. Betreffen wir jetzt auf Brutmütter? Bitte nicht. Was ist er? Herlock Alpha. Habt ihr hier wieder einen Zauberer irgendwo? Sieht nicht so aus. Doch, hier. Unterbrechen. Sehr schön, Enders. Er hat auch direkt im richtigen eingeheizt. Ja. Er hat auch direkt im Bereich. Hilf mir! Helft mir? Wie? Was? Was? Wem? Wo? Wer schreit hier? Ach, da. Stefan. Was? Wie heißt der? Stefan. Wir looten erstmal. Alles gut. Natürlich. Ich meine, du brutzelst da ja nur ein bisschen über... Feuer. Feuer! Ups. Dem Erbauer sei Dank. Welch eine Erleichterung, jemanden zu sehen, der keines dieser Monstren ist. Ein Mensch? Bitte. Ich beschwöre euch. Holt mich hier raus. Ich halte es keine Sekunde länger unter diesen... Kreaturen aus. Aber was macht denn ein Mensch hier? Ihr seid kein Ghoul, oder? Geht es euch gut? Ja. Ich bin nicht verletzt und auch nicht mit der Verderbtheit der dunklen Brut infiziert. Ich schwöre es. Sie haben euch am Leben gelassen. Wie merkwürdig. Und was hat ein Mensch überhaupt hier unten verloren? Richtig. Ich habe Colbert von der Schlucht reden hören. Und dachte, ich könnte mich an der dunklen Brut vorbeischleichen. Und nachsehen, ob ich vielleicht einen Schatz finde. Und ich... habe hier auch etwas... gefunden. Bevor mich die dunkle Brut erwischt hat. Elender Dieb. Was ihr da habt, gehört dem Volk der Zwerge. Naja, sie waren ja nicht die, um es zu beschützen. Wenn etwas zurückgelassen wird, ist es kein Diebstahl. Ihr könnt es haben, wenn ihr mich nur hier rauslasst. Ich will es nicht mehr. Aber es hat mir nur Ärger eingebracht. Was habt ihr überhaupt gefunden? Hm. Was soll ich rauslassen? Ihr würdet nur die Verderbtheit übertragen. Ihm das Leben nehmen. Oh, was? Was habt ihr überhaupt gefunden? Ich bin mir nicht sicher. Aber es sieht wertvoll aus. Vertraut mir. Ich habe ein Gespür dafür. Jetzt macht's schon. Ich will doch nur hier raus. Ich bin mir nicht sicher gerade, ehrlich gesagt. Und die Optionen sind nicht besonders zufriedenstellend. Ich mein, töten möchte ich ihn jetzt nicht verrotten lassen. Verrotten lassen ist auch irgendwie blöd. Abgemacht. Ich danke euch. Mein Leben ist mehr wert als dieses verfluchte Ding. Hier habt ihr es. Versucht euch nicht umringen zu lassen. Danke, allerdings sterbt ihr jetzt trotzdem. Und jetzt könnt ihr dieser Zelle verrotten. Nein, das ist alles gemein. Ihr seid frei. Versucht euch nicht umringen zu lassen. Ich danke euch. Ich danke euch vielmals. Oh. Hatte er da an der Wange gerade... Oh oh. Habt ihr das gesehen? Er hatte, glaube ich, an der Wange so ein bisschen... ...so dunkle Brutspuren. Oh oh. Wir haben gerade einen Infizierten rausgelassen. Bald wird die Stadt von Zombies wimmeln. Ähm. Mehr Einshaftigkeit bitte bei diesem Let's Play. Äh. Böch. Böch. Bäh. Was seid ihr denn? Schlüpfling. Böch. Ihr seid ja... ...richtig bäh. Und die vertragen auch ein bisschen was. Hilfe. Hilfe. Wir werden... Wir werden angeknabbert. Könnt ihr uns bitte jemand helfen? Wir werden... ...verspeist. Hat sie gerade gesagt, ich hab einen Dolch. Ähm. Sigrun, du hast keinen Dolch mehr. Granat. Was wird da jetzt als wahrscheinlich Schlüpflinge? Die Kinder. Sobald die Larven das Fleisch von gefallener dunkler Brut verzehren, durchlaufen sie eine enorme Entwicklung. Das haben wir gesehen. Begleitet von dem Geräusch zerreißender Haut sprießen aus ihren Körpern Beine hervor. Mh. Guten Morgen. Gut, dass ich noch nichts gegessen hab. Die Kinder sind nun in der Lage, mit überraschend hoher Geschwindigkeit über ihre Opfer herzufallen. Ja. Nun. Wunderschön. Solche Geschichten am Morgen... Das ist doch... Das ist doch was. Jetzt kämpfen wir uns hier durch irgendwelche widerlichen Gänge. Und die Frage ist immer, was ist Sackgasse und wo geht's weiter? Weil das hier sieht ein bisschen nach Sackgasse aus. Andererseits... Bin ich mir jetzt nicht mehr sicher. Okay, hier geht's dann zurück. Ruft. Ja doch, das sieht nach Sackgasse aus. Brunenstein. Ähm, okay. Müssen wir das in richtiger Reihenfolge machen? Wird erledigt. Scheint fast so. Gut, dass wir das Rätsel kennen. Sehr schön. Okay, gut. Sollten wir uns damit irgendwie auskennen? Ich weiß es gerade nicht. Vielleicht finden wir noch eine Information. Vielleicht auch nicht. Gehen erstmal hier weiter. Äh... Äh... Ihh... Böch. Naja gut, es sind aber zum Glück nur diese Larven jetzt gerade. Die anderen sind wirklich ekelhaft. Aber mich wundert's, wir haben ja im ersten Teil ja so viel mit dunkler Brut zu tun gehabt, dass wir dann offensichtlich nie... ...auf die... ...auf die erste Stufe sozusagen getroffen sind. Obwohl wir ja eine Brutmutter getroffen haben. Rein theoretisch. Wird erledigt. Schwacher Wundumschlag. Wie ihr meint. Zwergische Rüstung. Böööö... Was? Alpha-Larve. Und normale dunkle Brut. Kämpfen die gegen die Larven? Nein, obwohl sie eigentlich verspeist werden von denen. Okay, gut, wir bräuchten hier mal Hilfe. Enders, würdest du bitte... Hier, Buffy... Warum können wir denen denn kaum Befehle geben? Da. Wir brauchen Hilfe, sonst werden wir die ganze Zeit angeknabbert. Wir brauchen Hilfe. Wir brauchen Hilfe. Luft Luft. So. Luft erledigt. Luft. Na, diese... Wenn die nicht immer weglaufen würden. W liebsten wir schatten das. Wie ihr meint. Ich finde die Erlachen voll cool. Larve der Kinder? Larve der Kinder? Das klingt irgendwie... Bäh. Alpha-Larve der Kinder? Larve der Kinder. Okay, gut. Wir könnten nach unten. Was wir erstmal machen, würde ich sagen. Ich habe wie gesagt keine Ahnung, wo wir rein theoretisch hin müssen. Schatzkammer. Schatzkammer klingt gut. Ich möchte Edelsteinchen und mächtig viel Glitzer, bitte. Oh, wow. Experten-Kalteisen-Rune. Die Streitachs können wir hier lassen. Hilm von Hirol Svea. Vier Konstitutionen. Wow. Müssen wir jemanden finden, der massive Rüstung auch wirklich... Oder gut, zumindest gut tragen kann. Schicke Vase. Ja, da haben wir unsere Edelsteinchen. Schatzkammer gefällt mir. Warum haben wir... Warum haben wir nicht immer solche Schatzkammern? Überall Inventar voll. Großartig. Okay, gut. Was werfen wir weg? Oder können wir uns irgendwas herstellen vielleicht gerade mal? Eispfeil. Zerstören. Feuerblitz. Zerstören. Langbogen aus Antiba. Können wir eigentlich auch zerstören. Spezialisten-Flammen-Rune. Private Dokumente. Können wir eigentlich auch mal weggeben. Sönase-Weiß. Gut, den möchte ich jetzt nicht unbedingt. Silberkelch-Experten-Rune. Zwergenrüstung-Stiefel. Huch. War das gerade... War das gerade ein Geschenk? Gravierte Jadesteine. Ein kleiner Jadestein, an denen auffällige Wirbel eingraviert sind. Ich habe keine Ahnung, was wir hier tun. Mit den Geschenken. Finde ich ein bisschen schade, dass die Mod offensichtlich nicht bei den DLCs greift. Oder gab es dafür... Genau, die sind ekelhaft. Die sind wirklich ekelhaft. Diese Schlüpflinge. So, wir werden wieder angeknabbert. Das heißt, wir bräuchten explizit Hilfe, bitte. Was wird ausgelöst werden? Damit wir uns bewegen können. Ruhe in Fliegen. Ruhe in Fliegen. Maheria. 고